Wir gucken, ob es eine solche komische Regierung geben konnte. Wir wollen tatsächlich einen Blick zurückwerfen. Also war der Ausstieg ein Fehler, so wie er gelaufen ist. Aber wir wollen auch einen Blick nach vorne werfen. Brauchen wir die Atomkraft? Weil der Wirtschaft geht es in Deutschland nicht gut. Möglicherweise hängt das auch an den Strompreisen. Wo wären die mit Atomkraft? Das sind viele Fragen an meine beiden nächsten Gäste. Ein Wirtschaftsminister aus Bayern, gleichzeitig Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger ist hier. Und ein ehemaliger Wirtschaftsminister aus Hessen von den Grünen, Tarek Al-Wazir. Schönen guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Wir versuchen ja immer zu schauen, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die auf unterschiedlichen politischen Positionen stehen. Eine haben wir gefunden, beide Jahrgang 71. Das war es? Oder hat man als Wirtschaftsminister in den vielen Jahren, die Sie ja zusammengearbeitet haben, auch mal ein Bier miteinander getrunken und noch Gemeinsamkeiten gefunden? Durchaus haben wir auch ein Bier miteinander getrunken. und haben uns dann da weiter freudig, streitig auseinandergesetzt über unsere unterschiedlichen Positionen. Also es gibt schlimmere Grüne als den Tarek Al-Wazir. Mit ihm konnte man ganz vernünftig reden. Er ist ja Realpolitiker. Andere freie Wähler gibt es gar nicht in der Wirtschaftsministerkonferenz. Deswegen kann ich keinen Vergleich ziehen. Aber ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht eine geben könnte. Und die liegt bei Ihnen. Und zwar haben wir gefunden, einen kleinen Ausschnitt, der früher Herrn Aiwanger zeigt, wie er beschreibt, warum er in die Politik gegangen ist. Und Sie glauben es nicht. Es war wegen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wo ich gesehen habe, wir haben Regierende, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, liebe Leute, keine Sorge. Und plötzlich hat es geheißen, bei uns am Bauernhof, du kannst das Gras nicht mehr verfüttern und musst die Milch entsorgen. Und die Kinder dürfen nicht mehr in den Garten rausgehen. Das war für mich dann schon ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, da ist das Vertrauen zerstört in die da oben. Also fanden Sie mal einen Atomkraftgegner. Auf alle Fälle war Tschernobyl und dann auch Fukushima mit Sicherheit ein Deutschland traumatisierendes Erlebnis. Das kann man so sagen. Ich habe damals auf alle Fälle schon das Vertrauen in die damals Regierenden verloren, die uns ja vorher erzählt haben, alles kein Problem, man kann das Molkepulver essen, alles gesund. Und kurz darauf hat es geheißen, den Salat im Garten hättet ihr vorher abdecken müssen, bevor der Fallout kam. Leider müsst ihr den jetzt entsorgen. Und da habe ich schon gesagt, liebe Leute, warum habt ihr uns das nicht vorher reinen Wein eingeschenkt? Und insofern sehe ich die Atomenergie natürlich kritisch. Ich bin also kein Atomfetischist, der sagt, Atom ist super, aber ich bin Pragmatiker genug in dieser Situation, in der wir eben waren, im Ukraine-Krieg, Ukraine-Russland-Krieg, zu sagen, just in diesem Augenblick darf man eben die noch verfügbaren Kernkraftwerke nicht abschalten, sondern muss eben jetzt die Situation noch nutzen und noch Kapazitäten rausholen. Ja, waren Sie auch wegen Tschernobyl in die Politik gegangen? Weil da schwingen ja zwei Motive mit. Einmal die Kernkraft, aber andererseits eben auch die Politik, die einem nicht die Wahrheit erzählt. Kommen wir später noch. Ja, klar, ich bin mit 18, 1989 Mitglied bei den Grünen geworden und die Grünen haben, solange es sie gibt, immer gegen die Atomkraft gekämpft, genau wegen dem Risiko zu sagen. Es gibt immer Restrisiken bei allen Techniken, ist immer so, aber wenn da was passiert, sind die Folgen halt einfach ungleich größer. Das war Ihr Argument, 2011. Deswegen ist klar und ich bin auch froh, dass wir jetzt draußen sind. Und wenn ich das mal so sagen darf, mich wundert manche Debatte, weil ich habe immer gelernt, am besten ist immer, du guckst mal, wenn du von früher schaust, was war vor zwei Jahren, wie ist es denn eigentlich jetzt? Und alle diese Voraussagen, die damals gemacht worden sind, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Es wird noch teurer. Wir werden ganz viele Kohlekraftwerke anwenden. Es ist alles nicht eingetreten. Die Versorgungssicherheit war immer da. Wir haben zehn Prozent weniger CO2-Ausstoß letztes Jahr in Deutschland gehabt. Wir haben so wenig Braunkohleverstromung wie seit den 1960er-Jahren nicht. Und wir haben gleichzeitig glücklicherweise die Situation, dass die Energiepreise wieder deutlich günstiger werden. Also wenn man sich einfach mal die Fakten anschaut und sich dann noch zusätzlich anschaut, wie teuer neue Atomkraftwerke wären, dann muss man einfach sagen, das Pferd ist tot, steigt ab. Aber darf ich noch mal einen Haken zurückmachen? Und zwar die Frage nach dem Restrisiko. Sie haben es gerade angesprochen. Das war Ihr Argument damals, 2011. Also es gab eine Pressemitteilung von Ihnen, die eben gesagt hat, die Risiken der Atomkraft direkt nach Fukushima, die sind nicht zu beherrschen. Ein Restrisiko ist nie auszuschließen. Deswegen darf die Politik nicht an der Atomenergie festhalten. Nur mal ganz kurz zu diesem Punkt. Gibt es keine Restrisiken mehr, wenn Sie jetzt sagen, doch, wir wollen wieder zurück zur Atomkraft? Auf alle Fälle eine Verlängerung zum damaligen Zeitpunkt, jetzt vor einem Jahr zurück, wäre richtig gewesen zu sagen, wir bestellen noch mal neue Brennstäbe, können dann die bestehenden zwei, drei Kernkraftwerke noch mal ein paar Jahre länger laufen, haben damit die Brücke zu den Erneuerbaren etwas praktikabler. Und natürlich hat dieser Atomausstieg die Strompreise nach oben gejubelt, weil eben Gaskraftwerke in die Lücke gehen mussten. Ansonsten hätte eben der billige Atomstrom für zwei bis drei Cent diese Lücke geschlossen. Und wir sind eben dann mit mehr Gaskraft reingegangen, mit Fracking-Gas reingegangen und so weiter und mussten damit natürlich nicht deutlich mehr Kohle, aber es ist auch mehr Kohle ins Netz gegangen und mehr Gas. Damit haben wir den Atomstrom ersetzt. Das stimmt nicht. Aber hätten wir Atom im Netz gehabt, wäre es besser gewesen, als dass wir ihn nicht hatten. Und natürlich gab es ein Restrisiko, das gibt es auch heute noch mit den Brennstäben, die noch gelagert sind und so weiter. Also es ist kein Nullrisiko und das Nullrisiko ist auch nicht da seit der Abschaltung. Also das Risiko ist nicht größer geworden oder wäre nicht größer geworden, wenn wir noch mal verlängert hätten. Und es ist nicht kleiner geworden, weil man jetzt abgeschaltet hat. Aber man hat für die Wirtschaft sehenden Auges Schaden produziert. Haben Sie sehenden Auges für die Wirtschaft Schaden produziert? Nein. Höhere von Preisen? Nein, weil die Preise sind ja gesunken. Und ich sage mal, wie war es im letzten Jahr? Im letzten Jahr in Deutschland 1,5 Prozent Atomstrom und Achtung, 56 Prozent erneuerbare Energien letztes Jahr im Strommix. Und das könnte noch besser sein, wenn Bayern nicht seit zehn Jahren die Windkraft in Bayern blockieren würde. Also ich bin ja gewöhnt, dass bayerische Politiker ständig ihre Positionen ändern. Herr Söder hat nach Fukushima gedroht mit Rücktritt, wenn nicht sofort abgeschaltet wird. Dann hat er erklärt, es solle alles länger laufen. Übrigens, der Herr Glauber, das ist ja Ihr Umweltminister von den Freien Wählern, hat vor sechs Wochen die Abrissgenehmigung für ISA 2 unterschrieben. Obwohl ja gesagt wurde, eigentlich hätte man die länger laufen. Wissen Sie, lassen Sie uns bitte ein Energiesystem der Zukunft bauen, was günstig, sicher und bezahlbar ist. Und das ist nun mal sich unabhängig machen von der Vergangenheit. Und trotzdem müssen Sie sich denn... Das ist natürlich trotzdem eine Atomkraft aus Tschechien und Frankreich. Ich war vor zwei Tagen in Tschechien. Die Tschechen haben jetzt 39% Atomstrom und noch dieselbe Zahl an Braunkohlestrom. Wollen jetzt Braunkohle reduzieren, Atom hochfahren und liefern uns natürlich aktuell Atomstrom, genauso wie die Franzosen. Das blenden wir aus. Wir haben die weiße Weste und die anderen sollen sich die Finger schmutzigen. Herr Aiwanger, wir können auch da gerne einen Faktencheck machen. Letztes Jahr Atomstrom, natürlich gibt es einen europäischen Strommarkt, wo es hin und her geht. Aber unsere Importe waren vor allem aus Dänemark und Norwegen. Und das ist Windstrom und Wasserkraft. Und mit Frankreich und Tschechien war es fast ausgeglichen. Schauen Sie es sich an. Ausgeglichen, weil wir eine Neuerbare rübergeben und Atomretour kriegen. Das heißt ja nicht, dass wir auf den Atomstrom verzichten können. Aber Herr Aiwanger, bitte, aber noch mal, wenn man dann sagt, wir sind abhängig von anderen, das stimmt nicht. Natürlich. Das stimmt einfach nicht. Kann man sich anschauen, kann man im Internet recherchieren, wenn Sie Lust darauf haben. Oder Sie machen morgen einen Faktencheck. Wir machen einen Faktencheck. Es gibt ein paar dieser Faktenchecks und auch Auseinandersetzungen. Was mich interessiert, Sie haben ja gerade einen Expertenrat gegründet, um eben über die Kernfusion in die Zukunft zu schauen. Das heißt also, für Sie ist die Frage, Atomkraft ja oder nein, gar nicht erledigt, sondern Sie wollen wieder auf diese Kraft setzen. Nicht die Spaltung, sondern die Fusion. Die wird ja auch vom Bund unterstützt. Auch der Bund unterstützt ja Kernfusion, auch mit dieser Regierung. Gott sei Dank, weil Kernfusion ja was ganz anderes wäre, als die Kernspaltung. Da ist ja die ganze Welt unterwegs in diesem Feld und es gibt da immer wieder Fortschritte. Wird natürlich noch einige Jahrzehnte dauern. Aber ich bin auch überzeugt, dass es wichtig ist, dass Deutschland als Industrienation beim Thema der Kerntechnik nicht völlig die Kompetenz verliert. Wir müssen dort weiterhin mitreden können. Und es ist ja auch auf dem Weg, bis hin mal ein Kernfusionskraftwerk funktionieren würde, zu erwarten, dass sehr viele Zwischenergebnisse der Industrie nutzen können. Es ist nicht erst der Nutzen da, wenn wirklich in 30 Jahren das Kernfusionskraftwerk Strom produziert, sondern auf dem Weg dorthin werden wir viele Forschungsergebnisse für andere Industrieanwendungen abzweigen können. Sind Sie davon überzeugt, von Ihrem ehemaligen Wirtschaftsminister? Die Kernfusion ist nicht so gefährlich wie die Kernspaltung, unter anderem, weil der Prozess halt gestoppt werden kann. Das ist halt der Unterschied. Aber gleichzeitig hat Herr Aiwanger gerade das Problem benannt. Es ist alles nur im Pilot bisher. Es ist alles nur in Anführungszeichen theoretisch. Und es geht um Jahrzehnte und hunderte von Milliarden Euro. Und ich bin halt einfach Pragmatiker. Ich möchte, dass wir jetzt die Probleme von heute lösen. Und da ist es mir lieber, die Bayern würden mehr dafür tun, dass auch Stromleitungen nach Bayern gehen und nicht irgendwelche Ideen von in 30 Jahren. Wir haben ja lange gekämpft miteinander. Die Bayern wollten nie eine Stromleitung haben. Stromleitung, das muss man noch mal erklären. Es gibt Strom, das produziert wird. Strom produziert im Norden, Windkraft sehr stark. Und es wäre Ihrer Meinung nach gegangen, das nach Bayern zu kriegen, wenn die CSU... Ja, also ich habe mit dem Kollegen Aiwanger mich immer auseinander. Einmal war sogar Peter Altmaier unser Mediator, weil an Hessen führt kein Weg vorbei. Und die Bayern haben einfach nicht verstanden, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, wenn keine Leitung hingeht. Das ist die schöne Story. Doch, doch, ist so. Das ist die einzige Überlebensstory der Grünen, die sich 140 Mal erzählen. Nein, aber Herr Aiwanger, Sie können sich doch daran erinnern. Natürlich. Aber ich lasse mir erst ausreden. Netz, Notenpunkt, Berg, Rheinfeld und so weiter. Lass mich erst ausreden, genau. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, ich hätte gerne, dass wir die Probleme von heute lösen. Wir werfen jedes Jahr für drei Milliarden Euro Strom weg, weil wir nicht genügend Leitungen in den Süden haben. Und spätestens dann, übrigens der Söder hat es irgendwann verstanden, als klar war, dass es dazu führen kann, dass am Ende der Strom in Bayern zwei, drei Cent teurer ist als in Niedersachsen. Und als dann BMW und VW das mal verglichen haben, da hat der Söder kapiert, wir sollten gleich doch ein paar Stromleitungen bauen. Stromtrassen, haben Sie verhindert? Ich habe vor zehn bis 15 Jahren schon gesagt, wir sollen den Windüberschussstrom im Norden in Gas umwandeln, entweder Methan oder Wasserstoff in den bestehenden Pipelines nach dem Süden und dort Gaskraftwerke bauen und damit füttern. Und genau das will jetzt auch Habeck in den nächsten Jahren mit der Kraftwerkstrategie bis Anfang der 20, 30er Jahre, Gaskraftwerke im Süden, um die Lücken zu füllen. Das habe ich vor zehn Jahren schon gesagt. Die Leitungen, die bauen wir jetzt. Es gibt Trassen und wir bauen natürlich neue Trassen, aber auch diese neuen Trassen. Haben Sie die verhindert bis dahin? Ich habe auf alle Fälle gesagt, kritisch zu hinterfragen, ob wir die in diesem Ausmaß brauchen. Und da werden wir uns noch dumm und dämlich zahlen, bis die gebaut sind. Da rechnen wir jetzt mit mehreren hundert Milliarden Euro, bis diese Stromtrassen stehen. Das bedeutet dann Netzentgelte für die Kunden ohne Ende. Und ich appelliere da wirklich intelligent vorzugehen und nur so viele Trassen wirklich zu bauen, wie wir brauchen, den Rest mit Gaskraft abzudecken, die bestehenden Trassen zu optimieren, nicht jetzt maximal auszubauen. Und am Ende kann keiner die Folgekosten bezahlen. Ich habe immer auch vor den Kosten gewarnt. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen auch die Grundlast. Denn wenn noch so viel Wind im Norden weht und noch so viele Trassen liegen, haben wir immer noch nicht die Grundlast. Und letzte Aussage, wenn schon die Windkraft die Rettung des Vaterlands wäre, dann würde ja im Norden die Wirtschaft blühen. In den letzten Wochen hat es viele Meldungen gegeben, die Wirtschaft aus dem Norden geht weg. Die gehen nach Amerika. Und sie glauben auch nicht, dass die süddeutsche Industrie im Norden ansiedelt. Wenn die bei uns weggingen, Chemieindustrie, dann gehen die gleich nach Amerika. Und ihre Industrie hinterher, sofern sie überhaupt eine haben, Da, wo es viel erneuerbaren Strom gibt, gibt es günstigen Strom. Ja, der ist auch nicht günstiger. Da siedelt sich Industrie an. Ja, wie günstig ist er denn bei Ihnen? Genauso vorher wie bei uns. Ja, weil wir einen deutschen Strombahn haben. Ja, ist er noch. Aber warum hat sich denn die Batteriefabrik in Heide in Schleswig-Holstein angesiedelt und nicht in Burghausen, wo Sie Ihren Windkraftentscheid verloren haben, weil Sie die Leute erst auf den Baum getrieben haben und Sie jetzt nicht mehr runterkriegen. Und das genau ist Ihr Problem. Apropos auf dem Baum treiben. Also, das bringt mich zu einer Frage, weil wir darüber streiten, warum die Leute eigentlich alle auf dem Baum sind. Das ist ja ein Thema, das gerade sehr gewaltsame Phasen erlebt. Also, es gibt Angriffe auf Politiker. Und die Frage ist an Sie, Herr Al-Wazir, welchen Anteil trägt damit auch die Ampelpolitik und vor allem die grüne Politik? Überfordern Sie die Menschen so, dass sie am Ende auf dem Baum sitzen und sich nicht mehr zu wehren wissen als mit Aggression? Heizungsgesäck ist das das Beispiel? Also, dass, ich sage mal, die Zusammenarbeit in der Ampelkoalition keinen Schönheitspreis gewinnt, keine Frage. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Sie können mir glauben, wir haben es ja vor einem halben Jahr abgekriegt, als hessische Grüne bei der Landtagswahl. Und ich weiß ganz genau, was da alles schiefläuft. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen sich zu einfach gemacht. Ich habe 2019 am Grab von, am Sarg, am Sarg von Walter Lübcke gestanden. Walter Lübcke, der ermordete Politiker. So, und das ist ein Neonazi gewesen, der ihn ermordet hat. Und dieser Neonazi hat übrigens der AfD Geld gespendet, war auf AfD-Veranstaltungen, hat für die AfD-Plakate im Landtagswahlkampf aufgehängt. Und ich finde, man muss sich mal sehr genau überlegen, wo das eigentlich begann und wer am Ende dafür sorgt, dass das politische Klima sich so verändert hat und so vergiftet worden ist. Und dann, das sind die Rechtsradikalen und das sind aber auch leider Populisten, die denken, sie müssten den Rechtsradikalen hinterherlaufen. Und da gibt es einen Punkt, diesen Satz von dieser Demonstration. Ich glaube, es war in Erding, wo Sie gesagt haben, die schweigende Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen. Den, Herr Aiwanger, den sollten Sie eigentlich jetzt mal zurücknehmen, Jahr später, wenn Sie sehen, was da passiert ist. Weil Leute das zum Anlass nehmen zu sagen, das nehme ich jetzt in die eigene Hand. Wir leben in einer Art Diktatur oder ähnlich. Man kann das Heizungsgesetz abnehmen, man kann alles kritisieren. Aber dass man sich nur noch wechselseitig anschreit, das ist etwas, das können wir als Demokratinnen und Demokraten die Demokratie zurückerobern. Ganz kurz, also darf ich Sie ganz kurz, bevor Sie auf die Grünen gehen, ich würde Sie gerne auch erst mal offen fragen. Also, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass so viel Gewalt gerade passiert gegen Politiker? Also in der Polarisierung der Gesellschaft. In diesem Links-Rechts-Trend, dass sich die Gesellschaft spaltet. Und wer ist verantwortlich dafür? Einfach, weil einfach die Gesellschaft relativ perspektivlos ist, dass immer mehr Bürger Angst vor der Zukunft haben. Und die linken und rechten Ränder waren immer eine Gefahr für die Mitte und für die Demokratie. Das begann in der Nachkriegszeit mit der RAF-Anschläge auf Politiker, Mordanschläge von Linksextremisten, auf bürgerliche und kapitalistische Politiker. Es gibt jetzt Rechtsradikale, die die Linken angreifen. Und es gibt aus der Antifa Angriffe auf Polizei, auf den Staat und auf rechte Politiker. Also das ist ein Phänomen der Extremisten. Und die Extremisten werden umso stärker, je weniger die politische Mitte die Gesellschaft zusammenhalten kann. Also wir haben immer mehr Kräfte, die die Gesellschaft auseinander treibt. Und wenn wir die Bevölkerung befrieden könnten, dass sie Zukunftsperspektive haben, kriegen die weniger Futter. Man wird sie nie ganz zum Schweigen bringen. Denn ideologische Extremisten gibt es immer. Und wenn es nur Promille sind, dann reicht es, dass die eine Bombe legen. Aber es geht jetzt eben mehr in die Breite. Und immer mehr Menschen trennt dann die Ideologie. Man findet nicht mehr in der Mitte zusammen, sondern sieht im anderen den Feind. Die einen in der AfD, die anderen in den Grünen. Und so spaltet sich die Gesellschaft. Und die Frage ist, wie viel Verantwortung trägt man für seine eigene verbale Täterschaft sozusagen? Ich sage das nur deshalb, Sie haben gerade Erdinger angesprochen. Ricarda Lang hat diesen Vorwurf ein bisschen anders formuliert. Also einig sind Sie viele Beobachter, dass der politische Diskurs natürlich auch durch die Anwesenheit einer Partei wie der AfD verändert wird. Sagen Sie es mal so. Ricarda Lang meint, es gibt auch noch zwei andere Urheber dieser Strömung. Im Wahlkampf, da streiten wir uns. Im Wahlkampf gehen wir uns mal hart an. Wir müssen uns alle nicht mit Samthandschuhen anfassen. Aber auch in die Richtung nach Bayern von Markus Söder und Hubert Aiwanger. Wer denkt mit dem Wettstreit mit den Populisten um die besten Feindbilder, gewinnt man kurzfristig ein paar Prozente, der verliert langfristig. Denn Demokraten, die Feindbilder hegen und Hetze betreiben, die sägen an dem Ast, auf dem sie selbst sitzen, und dieser Ast ist die demokratische Kultur. Nehmen Sie den Vorwurf ernst. Ich nehme den Vorwurf ernst. Ich weise ihn aber in aller Entschiedenheit zurück. Die Generalsekretärin von der Frau Lang hat gesagt, man müsse die Demokratie zurückerobern. Nicht nur zurückholen. Ich habe gesagt zurückholen. Sie hat sogar gesagt zurückerobern. Ich habe Frau Lang auch hier darauf angesprochen. Dann hat sie gesagt, sie hat das nicht mitbekommen. Sie wisse das nicht. In meinen Augen glatt gelogen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht mitbekommen hätte. Zweitens, ich kann nichts dafür, wenn die Grünen in den Bierzelten und sonst wo ausgepfiffen werden. Sie brauchen doch nicht glauben, dass die Leute auf das warten, was ich zu den Grünen sage, sondern die haben selber die Nase voll von diesem Heizungsgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, dieser beschleunigten Einbürgerung, all diesen Dingen in letzter Zeit, Cannabis-Freigabe und viele solcher Dinge, wo einfach der Normalbürger sagt, kümmert euch lieber, dass meine Energie bezahlbar ist, dass ich nach Auto fahren darf und so weiter. Verbietet mir nicht den Verbrennermotor, macht mir meine Ölheizung nicht madig, wenn ihr nichts Besseres habt. Das ist die Ursache. Und nicht, weil der Aiwanger die Grünen kritisiert. Ich kritisiere sie deshalb, um diese ideologischen Auswüchse der grünen Politik einzudämmen und zu sagen, liebe Leute, macht mal vernünftige Politik, hört auf die Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn ich dann schuld sein soll, dass deswegen Grüne angegriffen werden, also das ist wirklich eine Sündenbox-Suche. Da muss ich woanders suchen, bitte nicht bei mir. Und ich sage auch ganz klar, es werden ja alle möglichen Parteien angegriffen. Es werden ja noch mehr AfDler angegriffen als Grüne. Ist da auch der Aiwanger schuld oder wer ist denn dann dort schuld? Also das ist Unsinn, mir die Schuld zu geben, dass Grüne angegriffen werden. Also erst mal vorneweg, Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Und zwar gegenüber niemandem. Gegenüber niemandem. Wenn man einmal von diesem Grundsatz abweicht, dann kommt man auf eine schiefe Ebene und kommt von dieser Rutschbahn nicht mehr runter. Und das Zweite ist, ja, ich könnte sogar einiges unterschreiben. Stichwort, es gibt immer Extremisten auf allen möglichen Seiten. Die spannende Frage ist, wie geht man mit diesen Stimmungen um? Heizt man die an oder versucht man die runter zu kochen? Und da muss man sich halt immer überlegen, welche Worte man auch wählt. Die CSU in Bayern hat ja bei der vorletzten Landtagswahl das ja noch viel stärker versucht, Söder bei seiner ersten Wahl. Und damals hat dann der CSU-Generalsekretär, als es fürchterlich schiefgegangen ist, den schlauen Satz gesagt, ein Stinktier kann man nicht überstinken. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ich wünschte mir, dass auch die Freien Wähler, dass auch Hubert Aiwanger sieht, die sagen, bei allen Unterschieden, wir sind Demokraten und wir müssen ordentlich miteinander umgehen und nicht zu sagen, immer Witze in Anführungszeichen auf Kosten der anderen machen und bestimmte Stimmungen dann auch noch anheizen. Und ansonsten, Stichwort, was ist vernünftige Politik? Also das Problem der deutschen Autoindustrie beispielsweise ist, auf ihrem größten Markt in China, nicht, dass sie schlechte Verbrenner haben, sondern sie haben nicht genügend Elektroautos. So, und da ist jetzt die spannende Frage, die Zahl der Frau Brenner wird wieder größer. Nein, nein, in China nicht. Die Elektroautos sind weniger gefragt als vor ein paar Jahren. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wir können uns gerne in der Sache auseinandersetzen, was ist zukunftsgewandte, vernünftige Politik nach vorne. Aber bitte lassen Sie uns das mit Argumenten in der Sache tun. Aber muss dann eine Frau Lang mir vorwerfen, ich sei schuld an Übergriffen auf die Grünen. Das ist doch Unsinn. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich mal so sehe, Sie sind ja auch auf diversen Bauerndemonstrationen gewesen, Sie wissen dann auch, wie die aus dem Ruder gelaufen sind. Da ist nicht viel aus dem Ruder gelaufen. Naja, also wenn Sie mal überlegen. Da hätte die Ampel hingehen müssen und mit diesen Leuten reden müssen. Man hat sich ja versteckt vor den Bauern. Nein, nein, das hat man nicht. Das hat man nicht. Die haben auch der Politik gerufen. Niemand ist gekommen. Herr Aiwanger, das stimmt nicht. Das wissen Sie und denken Sie an die Fähre, von der Robert Habeck runtergehen wollte, als er privat war. Was ist da genau rausgekommen, wissen wir bis heute nicht. Was ist da mit der aufrechtlichen Ermittlungen? Also ist da schon jemand verurteilt? Ich habe bisher nichts gehört. Was ist jetzt genau bei den Ermittlungen rausgekommen? Auch das wurde mir ja damals vorgeworfen. Es geht doch nicht um strafrechtliche Verantwortung. Es geht um die Frage, welche Stimmungen in der Gesellschaft vorhanden sind und ob man die sozusagen anheizt oder versucht runter zu kochen. So, haben die Grünen denn bisher versucht, die Blockierer bei der IA und so weiter runter zu kochen, die Klimakleber runter zu kochen? Ihr habt doch die mal angeköchelt. Ihr seid doch vorne mitgelaufen. Mein lieber Hubert Aiwanger, der Joschka Fischer hat Steine geworfen. Ach, mein lieber Hubert Aiwanger. Der Joschka Fischer war der Steinewerfer vorneweg auf Polizisten. Also die Grünen brauchen sich hier nicht. Die Grünen brauchen sich nicht, als die Superdemokraten generieren. Mein lieber Hubert Aiwanger, jetzt kann ich sagen, als jemand, der zehn Jahre Wirtschafts- und Verkehrsminister in Hessen war, die glauben überhaupt nicht, wie ich von denen, die Sie gerade angesprochen haben, kritisiert worden bin. Also ich muss mir da gar nichts sagen lassen. Sondern ich habe immer versucht, in alle Richtungen zu sagen, gute Argumente bitte, keine Gewalt gegenüber niemandem. Das unterstützt ja genauso. Aber eben nicht anheizen. Und das ist genau der Unterschied. Die Grünen heizen an seit Jahrzehnten. Also Herr Al-Wazir sagt, die Grünen werden nicht mehr anheizen. Seit Jahrzehnten hieß es der Bullenstaat. Und die Bullen braucht man immer. Darf ich nach vorne gucken? Herr Al-Wazir sagt, er wird es nicht mehr tun. Gelobt, dass Sie es auch nicht mehr tun? Joschka Fischer war, glaube ich, 1974. Ich war drei. Sie auch. Wer nie einen Stein gehabt hat. Aber also, ist das ein Punkt, wo ich Sie zusammenkriege, in Zukunft sozusagen darauf achten, wie man miteinander umgeht? Sie sagen nicht mehr über Aiwanger, der spinnt. Und Sie sagen nicht mehr über die Grünen, die sind... Also ich lege heute hier kein Gelübde ab, sondern es kommt auf die politische Stimmung an. Wenn ich sehe, dass ich die Grünen einbremsen muss oder andere Extremisten, die irgendwo massiv auftreten... Machen Sie es mit gesetzten Worten, wie man sie kennt. ...ob das die Islamisten sind, ob es Rechtsradikale sind oder Linksextremisten sind. Da sage ich überall Stopp. Bleibt in der politischen Mitte. Setzt euch fair miteinander auseinander und macht keine körperliche Gewalt. Und keine verbale. Das wäre noch dazugekommen. Herr Aiwanger möchte gerne Wirtschaftsminister im Bund werden, hat er gerade gesagt. Ja, das ist Maria, hätte meine Oma gesagt. Die Freien Wähler, wenn die da hinkommen. Ich meine, auch die Grünen haben mal so angefangen, dass keiner dachte, die werden irgendwann mal regieren. Glaubt Sie, der wird irgendwann mal mitregieren? Also Bayern ist nicht untergegangen, seit ich mitregiere. Ja, Bayern hält viel aus. Aber ganz ernsthaft. Also natürlich, ist klar, wer im Parlament ist und Demokrat ist, der muss miteinander gesprächsfähig sein. So, aber bevor die Freien Wähler auf Bundesebene 5% bekommen, das, ich sage mal so, schauen wir mal. Haben Sie keine Fantasie dafür, Herr Aiwanger, dass Sie irgendwann mal mit denen koalieren? Ja, nein. Ja, nein. Aber mit ihm eventuell. Ich sage mal so, im Himmel herrscht ja mehr Freude über einen reuigen Sünder als über tausend Gerechte. Insofern kann ich sagen, wenn der Hubert Aiwanger jetzt für Stromleitungen ist, für Windräder und vernünftige Politik macht, Ich war immer für Windräder. Sie müssen sich nur gut informieren über mich. So, Windräder in Bayern. Nächstes Thema, heute nicht mehr. Vielen Dank, Hubert Aiwanger, für das Kommen. Vielen Dank, Tarek Al-Wazir, dass Sie hier waren und über die Atomkraft, Windräder und das, was in Zukunft dann die Energie bringt, werden wir sehen. Danke. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns. Das ist für Sie, die Mache die Mahlin Das ist für Sie, die Mache die Mache ist. Das ist für Sie, die Mache die Möche und die Mache die Mache und die Mache die Mache auszunehmen. Das war es für Sie, es war es für Sie. Aber die Mache.